Ja, unser Fütteln. Klemmen. Ja, ja. Und wir sagen eigentlich, generell wie das Volk aus der ganzen Welt verarschen. No. Aber wir haben jetzt die Wahrheit in unserer Hand, oder? Ich wollte jetzt Schweizer Radio und Fernsehen dazu bringen bis zum März, dass sie endlich mal die Wahrheit sagen. Du sagst ja auch bei manchen anderen nicht die Wahrheit, nicht nur bei dem. Ja, aber wenigstens mal da. Ja, und deswegen stimme ich Nein. Also ich stimme ja. Ich will nicht, dass wir Lügen dann subventionieren mit unseren Gebührengeldern. Ja zur No-Bilag.